Das hat der Schrute in einem Spiel. I found it back, boys. Hey, Schut. What's the name? Herr Hass. Eben beim Lachen auch getrunken. Gefährliches Spiel. Bergen Sie das EMP-Gerät und platzieren Sie es in der Nähe des feindlichen Datenzentrums. Datenzentrum. Gehen Sie in den Thumbau-Markt und kaufen Sie eine Geranie. Jetzt ist Schrute dabei. Mit Acker. I found it back, boys. Ich sitz schrutt. Und ich sitz schrimp. Die Konsole wäre wirklich leicht. Also AIM-Unterstützung. Aber nicht hier, oder? Und die das ja auch? Ja, ja, klar. Um das auszugreifen. Alter. Ich wollte mal eben von der Mine ausgeglichen. Also wenn die hier mit AIM-Unterstützung spielen, Sperling, das ist für mich Hacking, klar, natürlich. Tja, da war meine AIM-Unterstützung auch an Putz. Da nicht gerade eben. Da geht sie irgendwie ins Lehrerzimmer und erzählt von einem Dreier mit vier Schülern. Jetzt hast du das eben gehört. Sie hat schon so Tränen in den Augen. Hast du das jetzt gehört? Drei Mal langsam als an anderen. Eins. Sperling. Sechs. Hoppla, sechs plus. Kürzere Beine. Das ist was so dumm. Ach du Scheiße. Ich bin in so einen Pimmelangriff reingerannt. Oder wie ihr sehr knallt sich sagen würdet. Und der riecht Eis dran. Er kotzt fast und riecht da wieder dran. Er findet es irgendwie geil, glaube ich, zu kotzen. Das ist ein oder andere Hülscher ausgezogen. So sieht es aus, Alter. Schäe die Hose ausgezogen. Das war es, Juro. Wirklich. Also wir haben uns was Besonderes bei diesem Spawning-System gedacht. Wir nennen es... Kommt aus dem Harsch raus. Spawning-System. Fein spawnt jetzt. Nicht nur bei ihrer Position, sondern auch in ihrer Position. Sie gebären quasi. Alter, was geht denn jetzt ab? Was? Ich hab hier voll den Ausstieg. Die hätten no chance, hätte ich die AOP am Stießladen. Putz! Wenn man ihn nicht direkt killt und er halt irgendwie kurz Zeit hat, anzulegen, ist man weg. Ich hab... HDR heißt die. Die HDR. Ich hab sie. Das ist ein kleines Goop drauf. Die nehm ich jetzt mal. Ich will mal ganz kurz jemanden damit pimmeln, bitte. Da war ein bisschen zu close. Alles klar, ja. Alter, die Waffe ist krass. Ey, guck dir mal die Waffe an, die ich von ihm gesnackt hab. Damit ist es so easy. Absolut kronk. Absolut kronk. So, Gerhard Kronkel, Onkel. Rang 11. Ich hab's da HDR freigeschaltet, jawohl. Ja, scheiße. Ich hab jetzt halt so ein Ultra-Scope drauf. Das ist Sau-Diem. Ach, ich muss das andere erst noch freischalten. Das ist das Coole. Boah. Boah. Nee, Königshöter. Fleisch, Granate dahin. Granate, Bosch, Chewa, ja. Hallo. Tja, moin. Alter, ich bin so krank. Die Drohne ist am Start. Kleiner Frechdachs. Prisen. Boah. Bei mir ist close einer. Ja, ich bin... Ich bin mittendrin in der Scheiße. Oh mein Gott, meine Drohne kommt jetzt auch direkt hinterher. Hier ist der noch. Machst du, du bist sehr weit weg. Sehr ich Gott. Alter, ich geh grad so ab. Welle für Level 5 muss es sein, dann... Nee, Level 4 sogar. Kala, 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 kala. Hör, du bist schön aus. Oh, mein, mein. Was ist in der Kiste drin? Ich hab... Ich hab'n geschützt. Sie hab'n geschützt aufgesnackt. Da unten kommst du mit Autos angefahren, Alter. What? Was haben wir? Außer, die greifen das Torfand. Was ist nicht los, hä? Oh, ich sag' kann. Oh, die sind ultra-klos. Oh, hinter uns auch schon. Alter, wir sind alle bei dir hocken. Alter, krank. Endlich wieder so'n Wellmode. Ist wie geil. Ich glaub's jetzt alle down. Bad, Tyler. Oh shit. Okay, okay. Die machen einen schnell down. Die machen einen schnell down. Au, au, au. Ah, du kannst schießen während du rumlegst. Ja, nice. Machen wir direkt Level 100. Ah, man hat Stimpaks, die man sich drücken kann, ne? Sofkus, hab ich jetzt erst gesehen? Oh fuck, verletzte Deckung. Oh. Jawoll, das ballert, Alter. Wenn ich's hier hinstelle, dann haben wir ja links schon mal so ein bisschen Deckung. Und wir können hier, weißt du, wir können uns hier so ans Haus stellen und ja. Oh yeah, da geht's ab. What the fuck? Neben dir kam ein Raketenwerferkehr rein, ne? Du hast ja schon hier rausrennen, das ist ja echt krass. Oh shit. Polybank. Oh shit. Okay, die Dinger, die kommen zu dir, ne? Boah. Man kann die schon aus dem Auto schießen. Ich mach hier einen Luftschlag hin. Du siehst den, glaub ich, den Punkt, ne? Oh ja, der zieht richtig rein. Ich versuch. Ah. Fünf Minuten. Ja. Ui. Jetzt fehlt das wohl auch hier eine Pump-Runde. Alles klar. Puls. Alter. Drei Kills schon mit der Pump. Pump ist so richtig behindert. Jetzt wird weggeregelt, ihr kleinen Schweine. Muss weg. Persönlich, Radar ist an. Ah. Der Nächsten killt, what the fuck? Shit, ich hab keine Muni mehr, oder? Da auf, im Haus drin. Unten am Fenster. Ha. Ja. Oh mein Gott, beide. Alles klar. Ich mach grad mein Ding an, da kommt vor mir ne Nate. Geil. Alles geil. Wuhu. Alter, ey. Ich bin alles noch alive, nur ich 22 Abschlüsse. Kommen wir so kiki vor hier, die Jungs. Die kommen mir alle reingelaufen. Und noch ein kleiner Gilly. Gilly Vanilly. Letzte Augenblicke. Mois, man. Du hast halt echt reingebrezelt, oder die Oldfee? Kann man da gleich sehen, ob da Konsolenspieler dabei waren? Hm, jetzt nicht mehr. Ich glaub, das sieht man immer vor dem Spiel. Okay, schade, weil das war echt krass. Jetzt sag ich auch, schumme 10 Stunden. Ich hab den Sack ab Arschlecke von anderen. Oh mein, am Fenster, dieser Orensohn. Droni, Magaroni, aufpassen. Ah, sie schleichen durch die Map, weißt du, wie... Call of Duty ist doch rumrennen. Ja, Mann. Lodi Carondi, Alter, mehr sag ich gar nicht. Lodi Carondi. Ne, so ein kleines gepanzertes Funkauto. Ach, dieses kleine Pipi-Auto. Wuhu. Alter, lauf. Spellig. Du Schrein. Wuhu. Wuhu. Ey, erwartet zwischen den Schrein. Scheiß-Bussen. Ja, gut, dann, äh, tätig muss der Aare. Boom, boom. Alter, das ist ja wie Battlefield. Ja, ich bekomme es auch noch. Leute, das ist aber wirklich eine reine Battlefield-Nachmacher. Hahaha. Du, sorry, sowas kann ich nicht spielen. Da muss ich zum Original. Wichseli, das Magazin. Ich schwöre, ich bin Panzer, ich schwöre. Ich, äh, Fahrradgabend, schnapp noch, wo? Da gab es Tabler. Ja. War schon ein Panzer. Ah, jo, noch ein, ne, ich kicke. Ich fahre mit dem Panzer rum. Okay, aber das, das fühlt sich irgendwie nicht so wie Kot an. Oh, oh. Alter, hinter uns ein Panzer. Ah, ja, da unten. Ja, tatsächlich. Passen Sie das Bild raus schon an. Wenn du da drauf klickst, siehst du rechts ein Bild. Äh, ein Vorschaubild. Wirklich mit Pixeln, äh, mit Scheiße drin. Oh, ja, mit Scheiße. Mit Scheiße. Alter, eine AK kann man sich reinnehmen, okay. Ja, also bei den Consolo Eros ist die sehr unbeliebt. Die war ja eigentlich immer so die beste Waffe. Die verzieht wie die Sau. Aber ja, die Pussis sind sich halt nicht gewöhnt, dass, 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 dass Waffen Rikos haben. Ja, ich will, dass die gerade ausschießt, hier bei Fortnite. Wie bei Fortnite. Otsir, Cave Clown. So, auf, jetzt kommt das hier, das Ghost Kill. Bomb has been planted. Ja, down. Königstöter. Ich hab persönliches Radar. Scholle in de Kopf, Haller. Pfff. 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 Pfff.